Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online mit mir, den Noshi Tendo. Ich habe jetzt die Lobby mal gewechselt auf 200 CCM und siehe da, es gibt gerade Leute, die 200 CCM spielen. Ich bin gerade echt begeistert. Ähm, ja, wir spielen jetzt 200 CCM. Ich habe jetzt auch mein Setup geändert, wieder auf den Standard gedöhnt, auch wieder den Mario Kart TV-Gleiter, weil dieser Gold-Gleiter ist vielleicht ein bisschen angeberisch, obwohl vielleicht den auch schneller hat, aber ist ja nicht so geil. Ähm, ja, schauen wir mal, wie weit wir mit 200 CCM kommen werden. Ich bin wieder euer Noshi Tendo und der vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Jo, das ist, glaube ich, alles, was ich zu sagen hatte. Und dann wollen wir mal gucken, was jetzt gespielt wird. Auf jeden Fall sieht gerade alles sehr blau aus. Und es ist auch Big Blue geworden, habe ich auch selber gewählt. Wollte ich halt mal haben, weil 200 CCM und SDU-Strecken passen perfekt dafür. Und hier sehen wir unsere Gegner. Amerikaner, Kanada und dann kommt ein Deutscher. Ist das nicht toll? Ja. Wir werden sie freuen. Naja, vielleicht auch nicht. Wohl, vorher hatten sie nur noch ein Computerspiel gehabt, vielleicht freuen sie sich ja doch. Oder die werden wir jetzt einfach fertig machen. Ey, der grüne Scheiger sieht aus wie ein Link, muss ich sagen. Das sieht echt aus wie ein Lungen Link zum Kleiner. Hm, na egal. Let's go. 200 CCM, wir sind noch schneller. Okay, ich habe schon lange kein 200 CCM mehr gespielt. Okay, das ist schon wieder was ganz anderes. Okay. Alter, Vater. Ich kann ja fast im Driftmodus bleiben. Äh, Hilfe. Oh, danke schön für die Banane. Sehr nett. Äh, Hilfe, ich muss mich doch wenden, drehen. Dankeschön. Oh, Hilfe. Was will ich denn irgendwie an der Schnelle Karre aus? Oh. Okay, Pilze. Hm, warum nicht? Kann man machen. Äh, Hilfe. Ich bin noch viel zu schnell. Okay, tschüss. Ach, toll. Und da geht doch nicht so lange. Ich habe doch nicht so viel Zeit. Kann ich das so runter? Kann ich. Äh, das geht sogar auch. Äh, ist okay. Darf man. Mal, ist ja abkürzend erlaubt. Alle rennen spielen jetzt. Nicht so, aber hier ausnahmsweise mal ja. Alter, die sind schon hinten bei der Kurve. Ich bin auch gerade hier vorn hinten. Oh mein Gott. Oh, komm, schneller. Schneller, schneller, schneller. Oh, danke für die Banane. Ja, das kann ich total vergessen, hier da drin. Ja, die werden sich freuen, ey. Oh Mann. Da war bestimmt der Computer noch besser. Glaub ich zwar nicht. Oh, Kugel-Willi. Ja, schon wieder mit dem Kugel-Willi durchs Ziel durch. Wow, toll. Zehnter. Neunter. So. Oh, neunter. Mit Kugel-Willi. Alter, wie weit der da hinten fallen. Ist ja Hammer. Krass. Jo. Immerhin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Das war ein Hochgeschwindigkeits-Rennen. Nächstes, 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 nächstes. Äh, oh, Vulkan-Grollen. Das werde ich zwar hassen mit 200, aber naja, werden wir schon durchkommen. Viel Glück. Ja, danke Markus. Das war ein Spaß. Schönes Spiel. Findet ihr auch. So. Das nächste Rennen wird aufgetragen, ausgetragen, auf Vulkan-Grollen. Ich glaub, die Map hatten wir schon länger nicht mehr gehabt. Weil man immer fast das gleiche sieht. Was echt ärgerlich ist. Okay. Oh, Frankreich haben wir jetzt einen dabei. Sehr schön. Auch gut. Äh, oh, Vulkan-Grollen 200. Warum, warum, warum wollte ich das? Ach, egal. Dann müssen wir jetzt durch. Oh, da ist nun einer mit... Oh, ein Kirby-Helm. Oh, voll putzig. Oh. Voll niedlich. Oh, let's go. Hui. Hilfe. Äh, super. Äh. So, wunderbar. Okay. Geh mal weg da. Okay, von mir aus halt auch nicht. Äh. Oh, ich bin so schnell. Hilfe. Äh, äh. Okay. Von mir aus. Und wieder die Lava gefallen. Sehr schön. Oh, oh. Boah, war der knapp der eine Grüne gewesen. So. Da sind die lustigen... Feuer-Heads. Head-Head-Head-Head-Head-Heads. Hot-Heads, meine Güte. Da kommt ein blauer. Kann man nicht grafen? Hinten noch eine Rakete? Keine Ahnung. Ich will nicht mehr da auf der... Äh, Karte. So, hier. Blooper. Da ist ein gelber Yoshi. Der hat ein grün. Nicht reinfahren, habe ich gesagt. Okay, gut. Alles klar. Äh, boah. Genau. Pilze. Gib mir Pilze. Lol. Alter. Das wird ja Bombe. Lol. Alter, wollen wir nochmal ein... Ähm, Weplay später nochmal anschauen. Das sah ja interessant aus. Hm. Hilfe. Oh, oh. Ja. Oh, cool. Oh. 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 Wir fliegen. Das war zu hoch geflogen. Ich krieg auch nochmal ein Kugel-Willi. Nein, ich krieg nochmal Pilze. Genau das, was ich wollte. Hab ich mir schon immer gewünscht. Pilze. Hilfe. Oh, Alter. Pssst. Hehe. Das ist grad nicht lustig. Vor allem hier mit Elfter. Oh, man. Oh, Mann. Hm. Bam. Das ist schon alle durch. Oh, ich krieg nochmal ein Kugel-Willi. Ja. Elfter will ich mal vorschlagen. Das sind jetzt irgendwie Köpfe am Sinne, der Begle. Aber ich glaub, war ein Elfter. Ja, Elfter. Ja, schön. Elfter. Bisher noch nicht so ganz gut. Das muss noch besser werden. Aber okay. Man lernt ja dazu. So. Ähm. Nächstes Runde. Äh, nächste Runde. Nächstes Match. Nein, kein Big Blue. Kein Excitebike. Boah. Excitebike. Excitebike. Ah, komm Excitebike. So, einer noch. Einer noch. Einer muss noch warten. Na, kommt. Na, kommt. Na, kommt. Dankeschön fürs Big Blue wählen. Ach ja. Und es wird. Excitebike-Stadion. Meine Strecke. Schön. Sehr schön. Ich höre immer noch die gleichen Low-Idee. Alles klar. Oh, die haben 30.000 Punkte. Wie viel müssen wir dafür gespielt haben? Oh, ist ja der Hammer. Und los geht's. So, Excitebike-Stadion. Eigentlich nur geradeaus fahren und Kurven fahren. Eigentlich leicht gesagt, ne? Aber in 200 CCM nochmal nachher Geschichte. Ui. 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 Hilfe. Okay, 3er Bananen. Nehme nicht so viel. Einfach mal dahingetan vor die Rampe. Ist immer eine gute Idee. So. Und. Ah. Wunderbar. So. Äh. Hilfe, Bombe. Aber auch mal hier in die Bombe. War gut, glaube ich. Oh. Hilfe. Okay. Oh, Tröte. Okay, war jetzt tof gemacht, die Tröte. Gebe ich selber zu. Kommt eine rote. Nicht für mich. Okay. Da kommen aber Feuerbälle. Ja, die habe ich gesehen. Aber leider zu spät reagiert. So. Boah, Alter. Was hat man hier für Stunts gemacht? Er ist der Hammer. Ui. Boah, Alter Vater. Bam. Da kommen aber Feuerbälle habe ich gehört, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung, weil ich höre. Äh. Roter. Wow. Einbesichtigen. Okay. Den bekommen wir aber daher. Ich habe ja auch abkriegen müssen, weil ich glaube ich in der Bahn davon war. Oh, sehr schön. Oh, Hilfe. Okay, einen roten. Noch einen roten. Wenn wir schon dabei sind, noch einen roten. Dankeschön für den Bomberang. Und aber zu verzehnter. Das ist schade. Hilfe. Hilfe, Bomberang. Okay, der kommt nicht wieder. Stern. Äh, Hilfe. Okay, wir fahren außen rum. Sind wir schneller mit. Oh, Hilfe. Äh, das war ein bisschen knapp gewesen. Soll ich nochmal schnell was Gutes? Okay, drei Pilze. Und? Nein. Und? Und? Ich kriege den nicht immer überholt. Oh, schade. Nur 8er. Oh, zwei Punkte plus. Boah, ist das krass. Oh, der letzte, der 30.000er Typ. Der ist letzter geworden. Das ist bestimmt ärgerlich. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Aber nun gut. So, wie man sieht, man kriegt auch viel mehr Matches rein. Ähm. Äh, pff, ja, bis zum Beispiel habe ich auch nicht so Lust drauf, oder? Habe ich bis zum Beispiel? Wart doch, warum nicht? Hoffentlich sehe ich nicht mal die ganze Zeit die DLC strecken. Äh. So, kommt einer noch? Schon wieder der rot, komische grüne Typ da, ne? Ja, war klar gewesen. Auch grüner Typ, warum? Warum tust du uns das an? Das ist voll nervig. Äh, äh, hm. Dankeschön. Fürs Wählen. Vielen Dank. So. Nächstes Match wird ausgetragen auf... Nicht meiner Strecke, sondern im Tunnel. Auf der U-Bahn-Station. Ja, geil. Äh. Mal gucken, wo ist diese komische grüne Fratze? Äh, da. Der Rhenion. Aus Alaska. Alaska. Krass. Nicht schlecht. Okay. Da kann man leben. Glaube ich. Gut. Wir müssen schnell unseren Zug erreichen. Deshalb haben wir mal unseren Motor ein bisschen aufgerüstet. Und jetzt geht's ab. Speed. Speed. Okay, noch nicht so. Jetzt geht's doch los. Ei, ei, ei. Hilfe. Hilfe. Ja, der hat ein grün. Dankeschön. Äh, äh, äh. Ja. Immer wieder schön. Gehen wir mal oben lang, wenn es überhaupt geht. Äh, ne. War nicht lang gewesen. Hallo. Stopp. So. So, Aua. Hilfe. Wand, keine Wand. Säule. Säule. Puh. Schöne Säule. Oh, danke fürs Antopsen. So, nächstes Item. Äh, Hilfe. Pilze. Ja, habe ich noch nicht Glück von gesehen hier in dem Match. Danke. Golder Pilz. Ja, toll. Oh, Mann. Wurde ich damit als Anfang. So. Und. Äh, Hilfe. Zug. Da ist ein Zug. Eine U-Bahn meine ich. U-Bahn-Station. Ist ja kein Zug. Wird eigentlich ja doch, ne. Naja. Hilfe. Dankeschön. Tschol. Weil, ich bin auch gerade nur neunter gewesen, obwohl ich schon so schnell war. Boah, das ist ja krass hier. So, Pilz. Pilz. Da kommt ein Stern. Hilfe. Hilfe. Der Stern ist immer noch da. Hilfe. Stühle. Okay, auf die Stühle. Könnte ich nicht drauf landen. Alles klar. So, nächstes Item. Komm, gib ein Kugel, Willi. Doch nicht, goldener Pilz. Was füll ich denn damit? Hilfe. Ich kann auch nicht lenken damit. Okay, kann ich doch irgendwie. Ja, ja, ja. Ist okay. Da kommt noch mal ein Stern von hinten. Da kommt ein Kugel, Willi. Oh. Und noch mal ein blauer. Der bringt's auch. Oh. Hat's ja gelohnt. Ja, und damit werden wir Zehnter. Alter, wie viel Action das jetzt war. Ich hab keine Ahnung, ob das passiert ist. Was ist denn alles passiert? Ich weiß es nicht mehr. Das war zu viel Speed. Das ist klar. Alter Schwede. Hui. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. So, nächstes Match. Ähm, nein, keine Ahnung, der Wipfelweg. Nein. Oh, jetzt kommt mir das. Oh, warum nicht? Ähm, jetzt wieder der eine, der uns gerne trollt. Oh. Das nervig. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, und damit ist die Strecke High-Hool Piste auch schön. Die geht ja noch. Zwar nicht mit hohen Geschwindigkeit, aber, äh, ist akzeptabel. So. Ich will mir vorstellen, dass das vorletzte Match. Wir machen noch eins danach. Und dann war's das. Ja. So. Juhu. Juhu. Ja. Los geht's. Dankeschön. Bam. So. Wir müssen schnell Prinzessin Zelda retten. Und wenn man das hier nicht kann auf dieser Strecke, aber wir sagen's einfach mal. So. Hui. Aber nicht so viel Spaß. Hilfe. Okay. Oh, ein grüner. Kriegen wir das Ding da auf, kriegen wir auch. Wunderbar. Ey. Ach, Mann. Jetzt bin ich da nicht hochgeflogen. Ach, Mann. Hilfe, kann ich rüber? Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt kann man da einfach rüberpreschen. Ah. Wir brauchen Rubine. Ich brauche Rubine. So. Eine Linkskurve. Pilze. Hilfe. Hilfe. Wunderbar. Okay. Hilfe. Okay. Alles gut. So. Das Ding ist wieder offen. Bleibt es offen. Bleibt es offen. Es bleibt offen. Geil. Wunderbar. Da kommt nochmal eine blaue. Von mir aus. Das zu machen. Blaue. So. Perfekt die Kurve genommen. Oh. Perfekt. Bisschen umgeblieben. Ist ja auch nicht schlecht. Das war doof gemacht, glaube ich. Obwohl das geht. Geht, geht, geht. So. Wir sind gerade sechster. Äh. Oh. Das war. Aber ich dachte, das wäre ein Pilz. Doof. Sehr, sehr doof. Oh Mann. Die Pflanze kriegt mich da jetzt nicht. Okay. Dann ist es an. Schlupsen. Nick. Doc. Bock. Oh. Kann ich nicht so bekommen. Okay. Das Ding wird wieder runtergehen. Das ist jetzt schon. Genau. Das wird runtergehen. Das war klar gewesen. Hilfe. Alter. Die Schuss war nicht überall an. Alles gegen. Tja. Und damit sind wir gerade 11 da. Kriegen nochmal drei Pilze. Haben aber nicht genug Pilze bekommen. Hilfe. Und wir machen hier nochmal einen Abstecher. Zu den Fans wollten wir machen. Ach. Schön. Oh Gott. Das war nix. Das wird nicht besser. Äh. Die müssen sich auch denken. Boah. Der Deutsche kann gar nix. Ha. So. Letztes Match. Letztes Match. Letztes Match. Letztes. Letztes Match. Auf. Ja. Gusel. 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 Will er. Warum nicht? So. Äh. Deine gründe Typ ist immer noch da. Äh. Warum. Gott Leute. Wählt schneller. Ich finde aber immer noch zwei. Und. Wuselwusel. Da haben die beiden noch gewählt. Und. Nun. Kommen. Wir. Zum Abschluss nochmal zum Käseland. Mit 200. Oh. Oh. Toll. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich möchte nicht. Aber ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich will nicht. Los geht's. Und. Go. Ja. Schon mal keine Leute bekommen. Obwohl. Pilze hätten mir glaube ich auch nicht viel gebracht. Hilfe. 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 So. Yay. Roter Panzer. Autsch. Dankeschön schon. Hab dich lieb. Wenn du das warst. Glaube ich. Ich behaupte es einfach mal. Ah. So. So. Sternchen. Sternchen ist immer toll. Ui. Okay. Ui. Wo will ich denn gerade hin? Hilfe. Boah. Muss ich gerade abbremsen ey. Das war nicht mehr schön. Das war echt nicht mehr schön. Autsch. Mann. Das war jetzt doof. Und 12 da. Juhu. 12 da. 12 da sein. Das ist doch toll. Nicht. Ja. Goldpilz. Ja. Okay. Ist weg. Von mir aus. Hey. Ihr nicht viel mit anfangen können. Außer Unfug. Oder Käse auf Käseland. Ha. 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 Ja. Wir machen Käse auf Käseland. Ja. Du siehst ja Filmtitel. Äh. Filmtitel. Genau. Ein Filmtitel. Hm. Ne. Äh. Titel hier. First Video. Aber wir spüren noch einmal Käseland. Also. Äh. Ne. So. Hilfe. Äh. Alter. Wo möchte ich denn? Hallo. Bist du? Was möchtest du hinter der Absperrung eigentlich Yoshi? Was wolltest du? Da hast du was verloren? Äh. Nochmal drei. Goldener Pilz. Ja wow. Super. Immerhin. Oder Herr Dett'n grün. Okay. Ich bin grad nur Zehnter. Hm. Ist ja nicht gut. So. Nochmal drei Pilze hier zum Abschluss. Und. Wir. Werden. Noch. Achter. Ja gut Leute. Da hab ich mich vorschlagen. Was ist hier für diesen Part von Let's Play. Mario Kart 8. Online. Mit mir um den nächsten Tendo. Bis dahin. Weiß alles schon wieder. Mit Mario Kart 8. Bis dahin. Bis dahin. See. Tendo. Oi.